Lieber Santa, ich bin Taya und ich bin sieben Jahre alt. Und dieses Jahr habe ich einen ganz besonderen Weihnachtswunsch. Einen Wunsch für meinen Papa. Mein Papa, der fährt ein riesen Auto. Und sein Auto ist auch sein Hotel. Leider ist Papa immer unterwegs. Auch am Wochenende. Ich vermisse ihn sehr. Vor allem jetzt, wo bald Weihnachten ist. Und ich weiß, er vermisst uns auch. Santa, ich wünsche mir Zeit mit meinem Papa. Ich noch nie ein paar interferden. Es ging ab. Echt? Nein. Nein, das ist geil. Nein, das ist geil.